Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wunder Fortnite. Rette die Welt mit mir, wie vieles blieb. Wir müssen vier Höhen laden. Oh, was ist das hier? So. Ähm. Ich weiß ja, ob wir die jetzt noch nebenbei machen. Ja, ich denke schon. Einmal machen wir so auf jeden Fall. Ist so schön einfach gelandet. Wir snacken uns jetzt hier schnell die Geräte. Oh, oh, oh. Ach du Heilige. Oh, 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 oh. Ah, haben wir gerade genug. Nee, sicher ist sie schon. So, wir machen das mal gleich wieder richtig, damit wir es dann wieder stressen. Nein. Die Stresssituation auch ordentlich haben. Da haben wir nämlich gleich unser Blue Blue. Zack. Zack. Okay, Schaffschuss und Analyse haben wir schon zu viel. Wir könnten eigentlich auch eine Sniper mit reinnehmen. Und das Schwert können wir eigentlich durch eine Pumpe austauschen. Ich habe davor gerade das Ninja-Line gespielt. Da vorne könnte ein Lager sein. Und da haben wir schon das Teil gefunden. Ziel erfasst. Ich platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Modus herausrollen und müssen das über. Oh. Modus herausrollen und müssen das Leben. So, wir haben ein Hüllenlager schon geräumt von vier, die wir machen müssen. Ich denke mal, wir finden... Ich denke mal, wir finden hier auch noch, was wir brauchen. So. In your face, Digga. Mal gucken, ob wir noch irgendwelche Hüllenlager hier finden. Da hinten ist, glaube ich, noch eins. Ich bin jetzt nur so ein Bienen. Oh, guck mal. Da hinten haben wir eins. Gefunden. So, das zweite haben wir auch schon gefunden. Nice one. Geht ja gut voran hier, die Mission. Und, das gefällt mir. Ist doch mal gleich noch... Ich baue ein Bär. Ich baue ein Bär. Das ist immer so traurig, wenn er das sagt, wenn er wieder geht. Wir bauen mal noch ein bisschen Holz nebenbei ab, weil da sind wir echt ganz armen dran. Da hinten haben wir doch was liegen lassen. Na, mal gucken. Nee, das brauchen wir nicht. Na, jetzt aber. Das ist gut. Dann haben wir auch noch ein bisschen. Und Ende. Oh, die haben wir auch noch ein bisschen geschweckt. Da noch eine? So. Ich hoffe, dass wir noch solche Lager jetzt hier finden. Oh, jawohl. Da ist noch eins. Na. Ach halt. Du bist kein Bär. So, da haben wir auch die nächste schon erledigt. Du bist kein Bär. Ah, wir haben sogar noch einen zweiten Mate dabei, sehe ich gerade. Der Kern besiegt Muskeln. Oh, warte mal, da war noch eine Quest und zwar hat er wieder was verloren. Und genau, sogar zwei. Sehr gut. Sehr gut. Wir wenden sich mit mehr Entschlossenheit. Ich brauche mehr Informationen. Wir suchen weiter. So, wir brauchen noch ein bisschen reden. So, wir brauchen noch ein Höhenlager, wenn ich jetzt das richtig in Erinnerung habe. Und hier haben wir auch schon wieder die nächste Hauptquest fertig. Wir gehen mal hier oben lang. Genau, und dann durch die Mitte zurück. Dann sollten wir hoffentlich fündig werden, dass wir hier vier Lager gefunden haben. Swing, swing. Ah, die Pflanzen lassen wir mal. Dann können wir uns noch upgraden. Und das ist sehr gut, sehr gut. Was haben wir denn da? Gut, bin es nicht, oder? Sehr schön, da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Da sagen wir nicht mehr hin. Okay, da hat sich der Mate hingebaut. Ah, das ist viel. Das nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen noch einen Lager, bitte. Noch nicht starten, mein Bester, wenn es geht. Ich habe es auch gleich geschafft, mein Großer. In der Mitte könnte vielleicht noch eins sein. Weil dann haben wir nämlich die Quest gleich. Die Hauptquest fertig. Was ist denn das hier? Noch nichts für mich, okay. Wo könnten wir noch eins finden? Ein Hüllenlager muss ja noch ein paar sein. Komm schon, eins geht noch. Hier ist auch echt viel los, wir können ja mal einfach mal was abholen. Scheibenkleister, wir haben alles abgesucht. Ich weiß einfach mal nicht, wo man halt sein kann. Komm, er startet mich. Kannst du mal helfen? Klaro. Dankeschön. Aber eigentlich suche ich was ganz anderes. Ah, ist das ärgerlich, dass es das letzte Lager fehlt. Ich bin jetzt nicht so. Wir haben uns 안�innen. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Und da, und da? Ja. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. 1 das ist ja doof nach unten waren wir noch gar nicht seht ihr? da soll ich noch mal eine chance auf ein lager aber da können wir auch noch mal action machen wir können uns mal ein bisschen upgraden so wir können uns mal ein bisschen upgraden wir können uns mal ein bisschen upgraden so ein bisschen mehr Schild haben wir jetzt ich glaube ich sehe muss da noch irgendwo ein lager sein mensch leider über auf auf das ist gut So, machen wir auf. Ist auf dieser Kartenhälfte. Okay, das war doch kein Wahler. Ganz unten waren wir noch nicht und in der Ecke. Unsere letzte Chance, noch ein Lager zu finden. Ah, wir bleiben ein. Okay, Abkundungsabzeichen ist ja toll. Aber nicht, wenn ich kein Lager mehr finde. Scheibenkleister. Okay, komm, wir machen mal. Der arme Junge wartet jetzt schon die ganze Zeit auf uns da. Der sicherlich auch hier raus will und seine Missione habe. Wir laufen aber auch so ein bisschen. Die Dinger sind ja auf der Upsides. Ich muss das Vergeben, das Ding jetzt zu können. Aber jetzt wollen wir erstmal unsere Mission zu Ende bringen. Der junge Mann, wie auch immer, hat ja auch schon lange genug auf uns gewartet. Wollen wir ihn mal nicht enttäuschen, was hat er denn nun gemacht? Oh cool, der hat sich aber Mühe gegeben, warum bauen. Das machen wir aber nicht so. Der hat doch auch einen Eingang gebaut. Treppe haben wir auch. Der hat hier richtig investiert in das Lager. Das ist richtig cool. Also was richtig cooles gebaut. So, ein paar Mats haben wir jetzt auch wieder. Das ist auch nur eins. Ähm. Die Anstrengung möchte ja noch ein bisschen was zerlegen. Oder wäre einfach, dass ich starte. Ich mache das jetzt mal. Aber wir sind alles am Start. Aktivierung in 5 Sekunden. Okay, sie kommen hauptsächlich von hier. Du schaffst es, Kommandant. Ah, ich bin ein Ninja. Wo ist aber ein großer Bereich, was die nicht kommen können. Ich bin ein Ninja. Ach, doch kein Ninja. Hier geht es aber gut zur Sache. So. Ich muss ja eigentlich mal hochzukommen. Wie ist das Leute oben da auf ausschauen? Bist du drبر? So, wie immer. So. St。 Fan. Ich war ein Bisschen. Okay, die Weife haben doch gut überstanden, aber es geht jetzt von allen Seiten. Oh, da kommt ein Dicker. Da gönnen wir uns mal. Nein. Oh, hier ist wieder Essence, die wir brauchen. Okay, Schimpfarmeschen, wobei ich für meine Goldene gar nicht benutze. Oh, das ist ein Ding. Das ist ein Ding. Ich bin hier. Du bist kein Meer. Uh-uh. Ich bin hier. 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 Ja? Ich bin hier. Vielen Dank, Herr Drein. Oh. So, und das Bärchen haben wir auch schon wieder ab, oder für die paar brauchen wir es eigentlich nicht. What? Okay. 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 So, sieht sehr gut aus. Das Ding haben wir gleich gewonnen. Okay. So, ich fahre, ich fahre. ja hüllen lager geräumt leider nur drei von vier gefunden also ich glaube hier war kein viertes mehr müssen wir dann in der nächsten runde machen ist aber gar kein problem sonst haben wir das sehr solide gespielt 26 minütchen jetzt der park oder halt dann mit dem aufmachen und so ist noch alles händelbar das habe ich auch schon richtig gut gekümmt mein mail war es da weiß ich nicht wiener war naja wahrscheinlich nicht schon mal was wir jetzt hier wir haben es ja zeit gelassen deswegen gewinnen nein das ist schade okay ich glaube ich verstand da gerade bei 51 bei ihm stärke das ist auf jeden fall crazy was haben wir denn schönes gekriegt als dankeschön als belohnung ok xp skizz xp handwerksmaterial oh ja und oh nice one eine neue pistole haben wir als skizze gekriegt ich weiß gar nicht ob wir die schon haben die schrot das ist wie eine schrot wegen der munition ok hinterlasse nichts mehr ja aber das passt ganz gut das machen wir dann im nächsten part dann haben wir diese reihe auch schon abgeschlossen und ja ich freue mich auf jeden fall auf die nächste runde mit euch zusammen bei fortnite rettet die welt wir werden dann das letzte höhenlager vernichten und dann auch sofort die mission 9 beenden da machen wir gar nicht lange rum denke ich so dass wir da nicht unnötig viel zeitrinne vergolden werden ok wenn es euch gefallen hat leute vergesst nicht lasst den daumen nach oben da ich würde mich auf jeden Fall riesig drüber freuen supportet mich bringt mich ein bisschen nach oben so dass noch der ein oder andere vielleicht auch auf meine video stoßen kann wir sehen uns im nächsten part euer FISKÜMH3 Ciao